Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wi-Fi Battle und heute gegen den Bricks. Bricks hat mich darum gebeten, pass auf, hey, wir machen einen Kampf, aber dann, ne, frage ich ja natürlich nur, mit welchem Tier? Und ich, oder wir haben dann entschieden, ein NU Tier und, äh, ja, ich würde mal sagen, wir gehen auch mal sofort in die Pokémon-Liste rein und wir sehen, Slicer, wir kennen es, es hat im letzten Kampf, wo es gekämpft hat, doch relativ gut wieder ausgesehen. Deswegen gebe ich ihm jetzt noch mal eine Chance und im NU wird es halt benutzt. Deswegen, ich habe jetzt ein ganzes Team voll mit NU gemacht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es kann sein, dass ich zwischenzeitlich, weil ich das Video jetzt schon, jetzt voraufnehme, kann es ja sein, dass sich irgendwann was ändert. Deswegen verurteilt mich nicht, wenn sich zwischenzeitlich was ändern sollte, aber es sind dann eigentlich alles sechs, ähm, NU-Pokémon. Dann dazu Giovanni mit Evolid. Giovanni mit Evolid, ich bin gespannt, ob auch hier wieder die Defensive standhalten kann. Smogbomb ist eigentlich relativ klar, mit Ehrlicht, mit Giftspitzen. Giftspitzen? Ich will natürlich jetzt auch kein Bullshit erzählen, doch mit Giftspitzen und Matschbomber und Leinteiler. Das ist meine physische Wahl. Und neu dazu gekommen ist, oder es sind gleich drei Pokémon, nämlich einmal Elvis. Elvis das Skuntank. Elvis das Skuntank ist ein sehr offensiv ausgerichtetes Skuntank. Hat ein bisschen KP-Investment, ein bisschen, ganz kleines bisschen in der Initiative, aber es ist halt voll auf Angriff. Es kann Gift-Heap, es kann Verfolgung, es kann Tiefschlag, es kann Verhöhner. Also, was will man mehr? Dann, I can see you. I can see you. Ist mein Lipumentas. Es hat auch den Rundumblick, deswegen kann es auch alles sehen. Lipumentas ist sehr offensiv ausgerichtet. Heißt, volles Initiative und volles Spezial-Angriffs-Investment. Hat auch die dementsprechenden Antakten wie Psychokinese und Erdkräfte. Also, da kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Und ich denke, zu Calamanero ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, ich habe jetzt das Calamanero auch relativ schnell ausgelegt. Und da es sich ja mit Superpower, Kraftkoloss, relativ schnell boosten kann, ist es eigentlich fast schon selbsterklärend, wie das aufgebaut ist. Ist, oh, ich muss mal hier wieder ein bisschen abändern. Und ich bin mal gespannt, Bricks. Tragosso. Tragosso im Enju? Okay, ich bin etwas irritiert gerade. Das kannst du dir vielleicht denken. Tragosso im Enju? Moment. Lass mich doch mal schauen. Tragosso im Enju? Na, Enju? Cubone. Cubone ist eigentlich Little Cup. Ist eigentlich Little Cup. Ich glaube, dem Cubone ist eigentlich ein Fehler. Weil Knugger eigentlich im Enju ist. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hat das irgendeine Bedeutung. Ich würde sagen, ich beginne erstmal mit Elvis. Smugbomb, I can see you. Und Ursula. So, okay. Bricks will mit mir kämpfen. Dann schicken wir schon mal Elvis raus. Wolfgang. Wer ist Wolfgang? Oh, Busch, ihr Lieben. Okay, dann machen wir schon mal Verhöhner. Und zurückgerufen. Das ist schon mal sehr gut. Denn Bolt. Wer ist Bolt? Shiny Tragosso. Also, ich weiß nicht. Hat das jetzt einen Grund? Ich mach mal Tiefschlag. Da es jetzt mich sowieso angreifen muss. What? Das muss ein Evoli... Oh, oh. Oh, oh. Na... Was? Was? Ach, du Heilige. Warte auf. Okay. Ich darf dieses Tragosso nicht unterschätzen. Es macht mehr Probleme, als ich dachte. Aber gut. Und... So, ich nehme mal kurz was zum Anziehen. Denn es ist jetzt im Moment Besuch da. Und es ist nicht gerade... ...passend. Ach ja, dann einfach so aufzutauchen. Taubas. Ist wahrscheinlich ein Mega-Tau-Boss. Höchstwahrscheinlich. Ich schicke mal Giovanni raus. Weil... Giovanni ist eigentlich so... Das, was Taubas relativ gut standhalten kann. Taubas kann Hitzewelle. Taubas kann Orkan. Und durch Schildlos trifft ja alles. Also... Orkan. Bitte nicht verwirren. Bitte nicht verwirren. Bitte nicht verwirren. Bitte nicht verwirren. Dankeschön. Puh. Soll ich jetzt... Ich lege erstmal die Tarnsteine aus. Ich denke, das sollte erstmal nur lügen. Vielleicht wird Style ja jetzt auch... Ja, wird zurückgerufen. Weil Taubas eigentlich gar nichts so großartig machen kann. Seppi auch nicht schon wieder ein Tangolos. Ich bin so müde von diesen Viechern. Ich erinnere mich an den Kampf gegen Florian. Das war, glaube ich, der 36. oder 37. Weil es die ganze Zeit immer geswetched wurde. Dann Tango, das Belebekraft. Oh Gott. Weil das Elvis jetzt schon so hart getroffen wird. Und eine Tragosso. Das hat mich jetzt schon gewundert. Um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall. Mh. Mh. What are you doing? Nein, nicht mein Giftschleim. Na, warte. Los. Matschbombe. Oh, ich hätte erst ehrlich machen sollen. Mh. Mh. Das war jetzt nicht so prickelnd. Mh. Oh Gott. Oh Gott, das kann ein Kampf werden. Yoshi. Wer ist Yoshi? Kecleon. Oh. Ich finde, dass das auch noch aushält. Unglaublich. Aber es hat keinen Farbwechsel, sondern Wandlungskunst. Das ist schon mal interessant. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, gehe ich auf Ursula. Okay. Feuerschlag. Aha. Okay. Angst. So, ich mache jetzt Kraftkoloss. Schattenstuhl. Das war tricky. Das war echt tricky. Aber gut, wenn du das mit mir spielst, dann spiele ich jetzt das hier. Ach, Kecleon hat Style. Kecleon hat Style. Selbst das Cubone. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Style. Mh. Ich bin nicht schneller als Megataubos. Also das macht mir mehr Probleme, als ich jetzt gedacht habe. Schickt mir Ursula mal wieder zurück und schickt einen Giovanni raus. Ruheort. Ruheort. Aha. Okay. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Weil die Steinkante kommt. Und die Steinkante würde eigentlich Tauber sofort besiegen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Erdbeben. Kehrtwende. Ich habe jetzt gerade gedacht, warum greift er mich an? Aber dann kommt die Kehrtwende. So mache ich immerhin ein bisschen Schaden. Wenn ich jetzt richtig gehandelt hätte, hätte ich sogar Fehländer machen können. Weil vielleicht Tangolos kommt. Da kommt Tangolos. Ich hätte auf Fehländer gehen müssen. Ei, 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 ei. Und natürlich macht es unglaublich viel Schaden. Gut. Wenn du das machst, dann setze ich wieder Smugbomb ein. Also im Moment kann ich nicht viel machen, weil viel hin und her geswitcht wird. Selbst das... Ah, Egelsamen. Ja, wird ja jetzt richtig witzig. Natürlich hast du noch deine Recovery-Möglichkeit und ich nicht. Überreste und Egelsamen. Ich mache jetzt Ehrlicht. Damit, wenn Tangolos jetzt mit irgendeiner physischen Pflanzenattacke kommt, ich da schon mal auf der sicheren Seite bin. Aber da Tangolos drin bleibt, ich habe jetzt gedacht, es wird ausgewechselt. Okay. So, und Knockoff macht 8 KP-Schaden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich. So, und ich gehe jetzt auf Light Tyler. Erstens, weil ich es kann und zweitens brauche ich ein bisschen Lebenskraft von dir. Schlafpuder. Schlaf... Echt jetzt? Schlafpuder? Ich möchte ja nichts sagen, aber... Schlafpuder ist jetzt nicht so... super. Aber okay, okay. Alles klar. So, also viel Schaden wirst du nicht mehr machen. Problem ist, ich kann nichts anderes reinschicken. Vielleicht könnte ich jetzt auch einen Hard Switch machen und auf Slicer gehen. Oh, Slicer hat nichts. Slicer hat keine... Äh... Ich könnte auf Elvis. Elvis. Jetzt muss ich mal überlegen. Elvis hat aber Poison Jab. Mhm. Okay. Machen wir. Wir riskieren's. Gigasau... Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Gigasauber kommt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt eher mit einem physischen Pflanzenmove gerechnet. Aber gut, so kann man wenigstens die Verbrennung umgehen. Okay. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich gehe auf Ursula. Versuchen muss ich's. Und Ursula macht jetzt Kraftkoloss. Wenn jetzt der Schlafbruder kommt, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hauptsache, es sind noch elf Pokémon insgesamt vorhanden. Nach knapp 15 Minuten. Wow. Okay. So. Jetzt ist die Frage. Was macht er noch? Also er hat Kecleon auf jeden Fall. Er hat Cubone. Aber Cubone? Tragosso? Ich weiß nicht. So. Also physisch bin ich jetzt nicht mehr aufzuhalten. Boah. Krass. Okay. Ich muss jetzt das tun, was ich eigentlich nicht tun wollte. Aber tja, ich weiß nicht. Es ist von Nöten. Es tut mir leid, Calamaneiro. Aber leider bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist ein Pussy-Move. Ich weiß. Aber ich hab so das Gefühl, anders ist das Tango, das nicht aufzuhalten. Es tut weh. Aber das ist die Rache für den Schlafbruder, den ich einstecken musste. So, jetzt werden die Karten vollkommen neu gemischt. Ich schicke mal Smogbomb raus. Glanzi. Radikal. Aha. So, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch mal auf den Irrlicht. vielleicht bringt's was. Rückkehr. Hm. Ah, Smogbomb schläft. Ah. Es ist einfach ärgerlich. Schade. Schade, schade, schade. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf Slicer. Slicer würde ihm jetzt sowieso erst mal das Item abschlagen. Das schon mal sowieso. Wird zurückgerufen. Okay. Was kommt jetzt? Wolfgang wieder. Okay. Was kommt? Was kann der? Schnappt sich das Wahlband. Dankeschön. So. Gut. Dann gehe ich jetzt auf die Kreuzschere. Das Wahlband würde ich schon mal nichts mehr bringen. Puh. Kaskade. Es ist schneller. Es ist scheiße schnell. Ah. Kreuzschere trifft. Ja. Auf Wiedersehen, Wolfgang. Jetzt kommt Glanzi wieder. Er könnte Tiefschlag. Tiefschlag. Ich gehe aber trotzdem auf Stromsto... Was? Stromstoß. Was? Alter. So eine elektrische Ratte. Okay. Giovanni. Okay. Ich versuche es jetzt einfach und gehe auf Steinkante. Wenn der jetzt auswechselt auf was auch immer wird er vielleicht von der Steinkante getroffen. Wenn er jetzt auf Taubos wechselt trifft die Steinkante definitiv. Yoshi. Hm. So. Und... Yoshi ist down. Tut mir leid, TK. Okay, dass du dein Signatur-Pokémon verlieren musstest. Auf so eine Art und Weise. Es wird einfach von Steinen aufgespießt. Aber es muss halt sein. Äh. Du willst irgendwas Bodenmäßiges machen. Das habe ich jetzt schon im Urin. Deswegen schicke ich noch meinen kleinen schwebenden Freund hier I can see you raus. Knochenrahm und Schwebe wirkt. Was du natürlich nicht weißt ist, dass ich speziell ausgelegt bin. Und eigentlich sollte es das sein für Bolt. Schade, Travorsor. Hast dich auf jeden Fall wacker geschlagen. Hast mich in der ersten Runde auf jeden Fall super beeindruckt. Jetzt kommt natürlich die Sache. Kommt jetzt Taubos? Oder... Lanzi. Artikal. Der kommt mit einer Undichtattacke. Sonst wird der das noch nicht reinschicken. Aber 2 gegen 2. Das Match ist gut. Auf jeden Fall. Das muss ich jetzt schon... Das kann ich jetzt schon sagen. Und auch auf deine Frage hin. So von wegen kommt das auf YouTube? Ja, es kommt auf YouTube. Aber du wirst es dann sowieso schon sehen. Kehrtwende. Hätte mir auch natürlich eindeutig viel Schaden machen können. So, Style. Dann würde ich sagen mache ich jetzt Steinkante. Jetzt egal, ob Taubos drin ist oder Radikal. Eine Steinkante und das Ding ist weg. Egal wer. Orkan, bitte nicht verwirrt. Bitte sei nicht verwirrt. Bitte sei nicht verwirrt. Bitte sei nicht verwirrt. Oh, danke. Ein Hoch auf Schildlos. Es ist so eine bescheuerte Fähigkeit von Taubos. Es ist so bescheuert. Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Zumal Taubos eh nicht so von Schildlos profitiert, weil die einzigen bei den guten Attacken wirklich Orkan und Hitzewelle sind. Gut. Das war's jetzt aber. Jetzt kommt der Stab-Erdbeben von mir. Was? Wieso wäre... Ich wäre Rückkehr ab. Okay. Gut. Alles klar, aber... Ich besiege Briggs und... Du musst mir unbedingt sagen, was das mit dem Tragosso auf sich hatte. Das fand ich jetzt interessant. Weil es ja eigentlich ein Little Cup ist, aber du das dann im Endure benutzt. Du wirst dir aber bestimmt was bei gedacht haben. Lass mir einfach da einen Kommentar da. Und wenn euch dieser Kampf gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn... ihr mir auch wieder Kommentare da lasst. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Macht's gut, haut rein und... Ciao.